Das Weihnachtswunder am Fenster Eines frostigen Morgens hatte ein Weihnachtsengelchen einen wunderschönen Eisblumenstrauß mit blinkenden Sternenblüten an das Fenster eines hässlichen alten Hauses gezaubert. Weil es hier, mitten in der Stadt, schon lange keine Eisblumen mehr gab, staunten die Leute sehr. Ein Weihnachtswunder, riefen sie und blieben vor dem Fenster stehen. Wie schön das ist! Dieser prächtige Eisblumensternenstrauß macht unsere wintertriste, graue Straße ein Stück heller. Gar nicht satt sehen konnten sie sich an diesen glitzernden, im Sonnenlicht fast goldenen, funkelnden Eissternen. Gleich waren auch ihre Gedanken ein wenig heller als sonst. Ihre Herzen klopften ein bisschen und sie fingen an, sich zu freuen. Verzückt bestaunten sie das Weihnachtswunder an diesem sonst so hässlichen Fenster. Ärger, Sorgen, Stress, Hektik und all die Dinge, die sie zuvor in ihren Köpfen festgeklammert hatten, waren vergessen. Jetzt kann Weihnachten kommen, rief jemand und alle nickten. Sch Untertitelung des ZDF, 2020